Up the Creek, na dann, Up the Creek, würde ich sagen. Eine Bonusrunde zu verlieren, kostet keine Leben, also versuch es einfach. Das ist schon wieder hier. Waaah! 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 Willst du den Lugle da? Waaah! 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 Machen wir es auch gerade? Sehr schön. Ja, war klar. Blöd, Mann. Ach komm, versuchen wir es nochmal. Die Übung macht den Meister. Ja, die sind ja schon hin. Mit dem schnellen Hüpfen habe ich mich so... Ah ja. Ah, sag mal. Oh, diesmal fehlen wieder viele Kisten. Na ja, 32 Stück, was soll's. Das hält unser Crash schon aus. Ripper Roo. Wie sieht denn der Hund aus? Ah ja, komm, auf geht's. Direkte Angriffe verletzen ihn nicht. Ach, das ist wieder ein Boss. Was ist das? Was ist das hier? Psychodog oder was? Psychodog. Ja, ganz geil. Ja, ha, 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 ha. Äh, was? Nein, abgesoffen. Depp. Ja, super. Ich hab ihn getroffen, aber mich auch. Äh, na gut. Äh, нет. Äh. Nein, du Vollhonk! Was mache ich denn? Wäre nur doof, oder? Nein, es ist so oft, dass ich hinten abgabe! Dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de. Sag mal, kannst du mal so hüpfen, der so schief da? dumm, die dumm, die dumm wieder die ganzen Leben verballert ich hätte mal lieber abspeichern sollen weil jetzt fange ich wieder mit zwei Leben an glaube ich, wenn ich jetzt alle verliere drei oder so nein scheiß Psycho Dog nein oh ey, ich bin echt zu blöd dafür kann doch nur sein ey so Nummer 1 sag mal wieso hüpft denn der so schräg Game over ja, ja ist ja gut Level neu starten blöder Maskenmann da direkte Angriffe verletzten mich Porg, 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 Porg Porg Ripperoo Das ist ein Känguru, glaubst du, oder? Na Spaskenweste auf welcher ja, ja nicht ach Nein! Ich krieg's wieder nicht gebacken mit dem perspektivischen Hüpfen hier. Guck doch! Ja, 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 ja. Tum, tum, tum. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mist. Wie hüpft denn der? Der hüpft jetzt hier im Karo. Oh, das bringt nix. Nein! Da war die Kiste noch leer! Ich bin aber auch ein doof, Patz. Echt! Wie hüpft denn jetzt? Jetzt bin ich da, 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 da. Jetzt bin ich für Gizli. Du hast hier! Du hast hier, du hast hier, du hast. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Nein, das gibt's doch nicht. Das war's. Boah, na also, geht doch. Blödes Drecksvieh, ja, verpiss dich. Schwupp, tschö. Steck einen schönen Gruß mit rein. Mann, 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 Mann. Was muss ich jetzt machen? Nix. Oh, ein Glück. Ich müsste jetzt aus der Perspektive irgendwo hinlaufen. Lost City. Speichern. Wieso hat der jetzt da unten gespeichert? Äh, ich speicher nicht. Ich komme jetzt hier rüber, gar nicht. Hallo. Hallo. Nee, nicht rüber. Verdammt. Was ist das jetzt hier? Das verrückte Labyrinth, oder was? Was bist du da unten? Gut. Ähm, was macht der Stein? Was ist das denn? Und jetzt komme ich nicht dran. Was soll's? Nein, ach, du bist doch doof. Blöder, blöder, was auch immer. Hä? mein lieber herr gesangsverein Scheiß auf das Leben da oben Hä, was? Was ist das für ein komischer Kerl? So, hat sich jetzt hier was ist das für ein komischer Kerl? Nein! Alter! Na gut, Äpfelchen Hä? Was bist du? Och komm! Ernsthaft? Ja, klar! Ist auch klar da drüben Äh, was? Was ist das für ein komischer Kerl? Ja, klar! Ja, klar, klar! Das ist ein komischer Kerl! Und jetzt muss ich jetzt mal was die Kerl? Ja, ich muss das. Das ist das, was die Kerl. Dann muss ich mal, was die Kerl. Ich muss das, was die Kerl. das ist mein anzicht für das bonuslevel schade doch das bonuslevel fackt mich so ab das könnt ihr euch gar nicht vorstellen was war was ja genau ich bin vorbei ist immer das beste dieses trecks vieh das gibt es doch nicht kommen um Was ist das? Ja genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ach, das ist mir... Alter, wie viele Kisten waren denn das? Okay, Crash ist tot. Na ja, gut. So, was haben wir jetzt? Temple Runes. Okay. Dir fehlen Kisten, Folge der Spur der Wumpa Früchte. Danke. Was ist das hier? Ähm, Entschuldigung, Schlange. Ich bin so im Spaß, da war eine TNT-Kiste dabei. Okay. So wird ein Schuh draus. Das ist das bleibt. Okay. Okay. Ehm, tippe tippe tippe. Okay. 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 Nein! Ja, war klar. Ich bin so unaufmerksam gerade. Das ist der Hammer. Ja, ich glaube, ich mache jetzt auch mal kurz Game Over. Ich werde mich jetzt mal in mein Bettchen verziehen. Ich hoffe, es hat euch bisher ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt nicht gerade der Mega-Pro bin in dem Spiel. Wie gesagt, das ist auch ein Jump'n'Run. 3D-Jump'n'Runs, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, mit der Perspektive ist nicht so ganz meins, aber es macht mir eine Menge Spaß. Ich hoffe euch auch und ihr schaltet morgen wieder ein, wenn die nächste Folge kommt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut und ich sag tschö mit Öl. Und du lach nicht so blöd. Ich wünsche euch noch ein paar Mal Elliot Kay!